Sie sind hier 8. Januar 2019, 15.56 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, 2022 findet die Fußball-WM in Katar statt, Urheberrecht, Getty Images, die WM 2022 in Katar ist zeitlich gesehen noch weit weg. Der EFB startet bereits jetzt mit den ersten Vorbereitungen, schickt Oliver Bierhoff in die Wüste. Der Deutsche Fußballbund hat eine Delegation um Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff in die Wüste, geschickt. Bierhoff hält sich gemeinsam mit Thomas Behesch, die Teammanager Nationalmannschaft und Niklas Dietrich, Koordinator physische Leistung, zwei Tage in Katars Hauptstadt Doha auf. Die DFB-Abordnung will frühzeitig Erkenntnisse hinsichtlich der WM-Endrunde 2022 gewinnen, zudem möchten Bierhoff und Kollegen Ideen für den Bau der DFB-Akademie sammeln. Bierhoff wird unter anderem einen Termin beim Supreme Committee wahrnehmen, das sämtliche Belange rund um die WM-Ausrichtung regelt. Dabei wird es unter anderem um die Suche nach einem geeigneten Mannschaftsquartier gehen, wenn gleich unsere volle Konzentration auf einer erfolgreichen EM-Qualifikation liegt, Sehe ich es als unsere Verantwortung an, den Blick zu weiten und schon heute Bedingungen, Gegebenheiten und Ansprechpartner kennenzulernen, um im Falle einer WM-Qualifikation auf ersten Erfahrungen zurückgreifen zu können, sagte Bierhoff. Bierhoff will Espey Academy Besuch. In dem Mittelpunkt der Fortbildungsreise steht die Espey Academy, an der derzeit Rekordmeister Bayern München sein Trainingslager absolviert. Die Espey Academy gehört zu den modernsten und beeindruckendsten Sportzentren der Welt, äußerte Bierhoff. Im Hinblick auf unsere DFB-Akademie können wir interessante Impulse gewinnen und den Austausch forcieren. Der Bau der Akademie im Frankfurter Stadtteil Niederrath soll im Frühjahr beginnen und 2021 abgeschlossen sein. Von Sportinformationsdienst Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017